Designer KI – virtueller Schneider per Videochat Brauchst du ein neues Outfit für einen besonderen Anlass? Lasse es dir doch von einer künstlichen Intelligenz schneidern. Maison Mi setzt genau da an. Mithilfe des Chatbots Mariana wählst du deine modischen Präferenzen und die KI generiert anhand der Informationen eine Empfehlung deines Wunschkleidungsstücks. Diese wird wiederum an einen menschlichen Designer weitergeleitet, der dir anschließend das Outfit schneidert. Auf Featured.de erfährst du, was genau dahinter steckt. Snap Spectacles 2 – die nächste Generation der Snapchat-Brille Snap Inc. bringt eine schlichtere Variante der extravaganten Snap Spectacles auf den Markt. Die smarte Sonnenbrille von Snapchat fotografiert aus deiner Perspektive. Dafür musst du einen unscheinbaren Knopf drücken, um die am Gehäuserand eingebaute Kamera zu aktivieren. Dank der 4 GB Speicher finden auf dem Gerät bis zu 3000 Fotos oder 150 Videos Platz. Wie die Snap Spectacles 2 genau funktionieren, liest du auf Featured.de. Oktoberfest Gigaspeed – schnellstes Netz dank Vodafone Vergangene Woche ging es los mit den Wiesen. Dass rund eine halbe Million Oktoberfestbesucher täglich auf die Theresienwiese strömen, hat auch Auswirkungen auf das mobile Netz. Deshalb rüstet Vodafone mit 18 mobilen Basisstationen das Mobilfunknetz auf. Damit kannst du auf dem Oktoberfest mit bis zu 450 Mbit pro Sekunde surfen und in glasklarer Gesprächsqualität telefonieren.